Wie geht's wie stets? Herzlich Willkommen auf ein neues Video. Heute machen wir ein PUBG-Video. Und schreibt es mal in die Kommentare, was ihr gerne anderes haben möchtet. Und ja. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann, wenn ich fertig gelootet habe, alle meine Waffen habe. Und ja, wir sehen uns dann. Peace. Okay Leute, jetzt habe ich ein Auto, alle meine Heiltränke und meine Waffen. Und jetzt könnten wir nach Gegner Ausschau halten. Und natürlich meine Panzerung. Weil ich habe mir gerade Schaden zugestückt, weil ich habe gerade auf die Minimap rechts oben geguckt und dann bin ich gegen einen Baum gefahren. Und deswegen habe ich ein bisschen Schaden abbekommen. Ja. Ups. Oh, Schöderschießerei. Sieht gerade die Karte aus. Okay. Dieses Spiel ist ein Auto, denke ich, das Wichtigste, finde ich. Weil man kann sich schneller fortbewegen. Nein! Mein Freund sagt immer, Marcel am Steuer, das wird teuer und ich dasselbe bei ihm. Aber bei ihm wird es, naja, so teuer. Aber bei mir wird es richtig teuer mit meinem Leben. Und ja, wenn jetzt ein Gegner kommt, bin ich ein bisschen... Nein! Wir sind in der roten Zone. Ist so gut. Ah! Okay, mein Freund hat echt recht, der soll nur noch fahren. Ah! In der roten Zone kommen so Nitroiden, unter der kommen die hier so angeschossen. Okay, Leute. Wir sehen uns dann, wenn Gegner da sind. Ich habe gerade so ein bisschen rumgefahren. Jetzt habe ich so von da Schüsse gehört. Jetzt fahren wir mal da schnell hin. Und Entschuldigung, ich habe gerade einen Kill gemacht. Ich habe einfach keinen gesehen. Oder auf Zufall. Also einfach, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe einfach mit dem Auto überfahren. Und dann habe ich es leider nicht aufgenommen. Hä? Hier sind wir gar nicht... Aber wir sind jetzt... Komisch, wir sind echt... Ah, aber hier war... Ja. 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 Ich bin wirklich tot. Ja. Ich habe es gecheckt, dass du der größte Pro bist. Ich habe es gecheckt. Ich stehe jetzt nicht. Ich fahre den so hart um. Der will es nicht wissen. Ich habe gesehen, wie der mich weggelasert hat. Guck, wie der kommt. Der wird hier so weggelasert. Ich stehe einmal in die... Irgendwo sehe. Der will es am besten nicht wissen. Was ist der? Im Haus? Häh! Ich habe Angst vor, der hat mich eben voll weggelasert. Okay, hier ist einer. Ja, Mann! Easy going! Der hat mich gerade so weggelasert. Niemals, oder? Für mich hat er gerade null mal getroffen. Wo ist der? Ah, doch, das war der. Okay, lass mal wieder zum Auto zurücklaufen oder rennen. Ein bisschen sprengen. So ein bisschen zick-zack-laufen, damit ich mich nicht anschießen. Okay, Leute, wir sehen uns dann, wenn die nächsten Gegner da sind. Okay, Leute, ich habe gerade einen gekillt. Das tut mir leid. Oh, da vorne ist einer. Den hole ich auch. Für... Oh. Einer ist hier ganz nah. Der steht am Stein. Einer ist hier irgendwo ganz nah. Oh mein Gott, was ist der? Hier war eine Blutkiste. Muss irgendwo hier sein? Da muss irgendwo sein. Weiter. Ja, das ist er. Nein, niemals hatte mein Auto. Ja. Von wo? Wo ist der? Nein. Nein. Ich kann mir schnell das Minikit. Mein Gott, hat er mich gerade schon wieder weggelasert. Okay, Leute. Ich renne jetzt schnell zum Auto. Der muss irgendwo hier sein. Ich will den einmal in die Haare bekommen. Der wird so weggelasert. Ich möchte unbedingt einen üblichen Sieg für uns holen. Also, ja, für das Video. Und ja, lasst gerne ein Like da. Für mehr so Videos. Und ja, oasen leben nur 15 Gegner. Also, eher gesagt, ich fahr'n, weil ich fahr'n schön knackig in die Zone. Die Zone ist schon ein bisschen weit. Die Zone ist schon ein bisschen weit. Oh, ja, 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 ja. Die Zone ist richtig weit. Die Zone ist richtig weit. Kein Crash machen, damit ich kein Leben verliere. Ich hab' grad' nicht so viel Leben. Okay, Leute. Wir sehen uns dann, wenn die nächsten Gegner da sind. Und. Ah, ja. Das Auto kann irgendwie nicht mehr fahren. Alles klar, wir sind offiziell jetzt tot. Okay, Leute. Wir sehen uns dann. Brand von der Zone. Wir müssen grad'n 500 Meter rennen. Brand. Brand. Oh, Mann. Hey, Leute. Ich bin grad' in die Zone reingekommen. Und jetzt guckt mal. Bam. Jetzt muss ich nochmal laufen. Okay, Leute. Wir sehen uns dann. Wenn ich in die Zone reingelaufen bin. Und dann. Mach' ich das Video ganz. Also, ne leichtes Laufen. Okay. Wir sehen uns dann. Okay, Leute. Ich hab' gerade einen Gegner gekillt. Ich hab' gedacht, ich hätte mir. Einfach. Mh. Aufgenommen. Aber auf einmal hab' ich nicht aufgenommen. Hm. Okay, Leute. Ich hab' schon 5 Kills. Oh. Da hast du ein Loot-Shop. Ah, der wurde schon geöffnet. Von anderen Gegnern. Okay. Das Video darf leider nicht zu lang gehen. Weil, ja. Ich mach' denk' ich das Video so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Von wo? Das ist der Falsche, den du gerade eingelegst. Zeig' ich komm'. Erstmal groß. Große Fresse. Aber jetzt. Hihi. Ich hätte mal lieber meinen Schnauz halten. Nein. 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 Nein, Freunde. Ach, Mann. Ach, Mann. Wir waren einfach Top 3. Ganz oben rechts sieht man's. Top 3. Ach, Mann. 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 Oh. Oh. Okay, Leute. Wir haben gerade jetzt bekommen. Okay. So. Nice. Okay, Leute. Lasst gerne ein Like da. Und ja. Ein Like und ein Abo. Für nächstes Video. Für ein Papel-Ti-Video. Äh. Wenn wir, wenn ihr haben wollt. Ein Video mit öppischen Sieg in Papel-Ti. Und ja. Wir sehen uns dann. Und haut rein. Schaut rein. Und tschau meine Freunde.